Und damit herzlich willkommen zurück bei Blue Reflection nach unserem ersten Kampf gegen einen echten Sephirah. Das ist das erste Mal, dass wir einen Sephirah besiegt haben. So richtig. Verlichtet, entsorgt, dezimiert, annihiliert, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Oh, prepare for tomorrow's training. Das ist neu. Und das Festival ist bald. No, again. Yes, ma'am. Wow, they are really into it. From our point of view, Hina's acting is just fine, but I guess a pro sees things differently. That must be it. I wish we could be here for the actual performance. Huh? Because we need to help out backstage that day, right? Oh, that's such a bummer. Come to think of it, you're right. Phew. Okay, we are moving to the next scene. Come on, people. Hustle, hustle. Hustle, right? Phew, I'm wiped. You're too bit of a nice dragon. Nice work, Hina. You were really great. Dan. You've still got a long way to go. Mao. As the lead, you've got to have the acting ability to match. Tomorrow will be another tough day of practice. What? Can't handle the pressure? No, I'm just sort of happy. Happy? Yeah, it was just like this before my ballet recitals. It brings back memories. Hinako. Great. Then let's give it our best tomorrow too. You can now go to the central zone of the Kamen. You can go to the central zone at any time from the gate located on the rooftop. Ah, und von da aus kann ich mir dann die Welt aussuchen? Ist das richtig? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Oh, sorry. Uh-oh. What? Ich weiß nicht, was ich sagen. Ich habe es befürchtet, die beiden haben unsere Hoffnung auf ein gesundes Bein quasi genutzt, um uns dazu zu bewegen. Am Kampf teilzunehmen. Ich kann es verstehen, aber trotzdem war es mit Hoffnung spielen. Das ... Was ... ... ... ... ... Und schon hatte Mao auf eine gewisse Art Oh Mann Tja, sie hat jetzt ihren ganzen Grund verloren zu kämpfen Chapter 9 A reason to fight Das ist ein ganzes Wichtiges 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 Oh nein, bitte Nicht jetzt Sie meint es gut Und es ist genau das Falsche in dem Moment Ach ease Ich habe nur ein wenig gesagt, wie geht es dir? Was ist das? Ja, das wäre gut. Wie war es? Blocks muralen ist keine geklemmen. Das lässt sich nicht aufgefallen. Das denkt, dass ich mich nicht auf dem Boden schaue. Wenn ich mich, wenn ich mich verletzt habe, dann kann ich mich nicht verletzen. Ich kann mich nicht verletzen. Was ist das? 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 Aber da ist es ... Eine Frage ... ... muss Hinaikon gestern. Das ist nicht so, wie ich wieder wieder ... Ich weiß ... ... das ... ... ... Aber es gibt noch eine Art und Weise. Das ist aber auch, dass Yusus und Lime gesagt haben, dass es nicht wahr ist, dass es nicht wahr ist. Vielleicht wird es vielleicht noch ein paar Dinge geben. Das ist dann, dass wir noch nicht vergessen werden müssen. Ich werde es noch schnell sein, dass es noch nicht schnell ist. Ich verstehe! Ich verstehe, aber... Wenn ich dann... Ich weiß nicht! 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 Hinaiko... Ich... Ich habe... Ich habe keine Angst, was ich... ... 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 Das ist mein... 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 Warum... Warum... ...2人はいない... ...2人.... Nico... ...1人... ich weiß gar nicht was ich sagen soll man fühlt so ein bisschen mit dezent ist hart quasi die ganze Hoffnung auf einen Schlag zerstört dann kommt da jemand der noch tanzen kann meint es gut und trifft genau den falschen Punkt daraufhin wütende Reaktion die noch Schlimmeres auslöst wie viel kann noch schief gehen 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 schief Standards schief Oh! Hm. Ich habe mich immer wieder auf die erste Mal gesehen. Wenn ich mich nicht mehr so fühle, dann kann ich mich nicht mehr verlieren. Ich glaube, ich habe auch schon das Gefühl, dass der Ichige jubi von der Bazen Nase war das Vierge. Ich habe es noch nie getan... D önce dem ich nicht so, dass der Viergelehrte Graf war... Ich hatte das Viergelehrt, aber ich konnte das Viergelehrt haben, wenn ich damals fröhle habe. Ich hatte die Viergelehrt, aber ich konnte nicht wissen. Ich wusste nicht, dass ich so richtig sagen wollte. Wie kann ich so gut sein ... Wie kann ich so gut sein ... Wie kann ich so gut sein ... Wie kann ich ... Ich bin... Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Du solltest. Solltest du, solltest du. Wir sind selber schuld daran. Ist das gut? Das ist alles für mich. Aber... Ich habe mich sehr viel zu sagen. Ich habe mich nicht so sehr fühlt. Aber... Das ist mein Geist. Ich habe mich nicht so gut gesagt. Ich habe mich nicht so gut gesagt. Sala... Danke. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe es sehr gefühlt. Ich habe es so ältt. Wenn man es genauer sagt, das ist es sehr viel恥. Ja, ich habe es sehr glücklich. Ich wusste nichts. Als ich mich nur für mich verletzei, wird es so schwer, dass ich mich nicht verstehen. Ich wusste es überhaupt nicht. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Hina... Das war sehr glücklich. Vielen Dank, Salasa. Ich dachte, dass ich mich zu sehen, Salasa zu sehen. Ja. Ich glaube, dass ich mich schon seitdem. Ich würde mich auch als Salasa zu sehen. Ich glaube, dass ich mich auch so fühle, dass ich mich auch so fühle. Ich habe, dass ich mich mit einem Hina-Kaan-Ko so zäuse gesehen habe, so schon würde ich mich wie Hina-Ko mit dem Hina-Ko erwähnen. Sollte... Ich habe mich immer mit dem Hina-Ko gefallen. Sollte... Aber ich habe es geschafft, dass ich so richtig erzählen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich ein Freund geworden bin. Ich habe das Gefühl, dass ich alles zu erzählen habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich weiß nicht, dass Yuzu und Lime auch das gleiche war. Ich wusste nicht, dass ich Sara-Sahne wusste. Ich wusste nur sehr viel, aber ich wusste wirklich, dass ich mich wirklich wusste. Ich wusste nicht, dass ich mich nicht verstehe. Ich wusste nicht, dass ich mich nicht verstehe. Ich wusste nicht, dass Yuzu und Lime auch so ist. Nein, sicher so. Auch wenn die Sache mit der Lüge natürlich schon ein harter Tobak ist. Ich wusste nicht, dass ich mir nur alles sehen kann. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass ich mich nicht wünsche. Ich wusste nicht, dass ich mich nur ein bisschen wünsche. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass ich mich nicht wünsche. Ich wusste nicht, dass ich mich nicht richtig wünsche. Und das macht mich nur noch. Ich warte. unser freund die kanone ist wieder da da hatten wir jetzt überhaupt wirklich zeit irgendwas zu machen zwischendrin ok man will abs Was haben wir dazu bekommen? Iron Policy Dream Dash Ich hab da nichts mehr offen, das ist blöde Und das ist blöde Also die Und das ist blöde Läu Den Ah, den wir zu Moment Noch mehr Aha True Feelings Attack Boost Hab ich das nicht schon gehabt? Habe ich doch eh den Buff über Nicht wirklich Lime hat er keine Buffs Ne Obwohl doch Eventuell einfach mal Ähm Ähm Ja Wo war der jetzt? Da So Das speichern wir einmal Und dann gucke ich mal Ob wir direkt zum Kampf übergehen In der nächsten Folge oder nicht Auf jeden Fall Wie immer danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Macht's gut! Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020